Bei mir. Warum habe ich das jetzt gerade getan? Wie sind es noch? Noch 2. Einer pusht. Der zweite steht. Der pusht. Ich habe nicht gewusst, dass der eine noch dasteht. Ich habe gedacht, der will nur vorlaufen. Hab ich mir auch erst gedacht. Ich habe das gewusst, dann hätte ich meine Golden Gun gezöhnt und dann hätte ich sie beide weggezimmelt. Wie nicht, der eine wieder mit seinem scheiß Gjallarhorn erwischt hat, ist so bitter. Gjallarhorn, die Raketenwerferrunde, die mag ich nicht. Ja gut, ich schaute die nun runde. Geht es jetzt mal weiter oder machen sie einen Backswitcher? Vielleicht macht einer hier einen Abgang. Das wäre toll für uns. Mhm. Komm schon, macht einen Abgang. Macht einen Abgang. Oh, es kommt einer von denen. Ja, da ist einer raus, da ist einer raus. Okay, sind nur noch 2. Die bleibt dann im Backswitcher. Es ist eigentlich nur übrig, hinten zu bleiben. Ja. Was anderes bleibt dann ja nicht übrig. Was anderes ist ständig nicht übrig geblieben, als wenn sie uns bleiben. Aber wenn sie mich auf die Seite lassen, dann ist es vorbei. Ah, das ist natürlich nicht mies, ne? Ja gut, wenn wir die Puschen, was sollen die noch machen? Was willst du machen? Ich habe jetzt auch noch meine Super. Also ich kann auch alle 2 mit den Golden gern wegziehen, der ist auch feierabend. Ja, die haben auch einen Super. Sieg! 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 Unentschieden. Schöpfer, du müsstest jetzt, wie viel hast? 5? 4 und eine Niederlage. Hä, warum das? Bei mir stand unentschieden. Ja, wir haben vorher eine Niederlage gehabt. Ja, aber er hat jetzt, er hat, er hat Double mitgenommen. Er hat einen, ähm, Antiole hast du die Marken nicht mitgenommen. Doch, habe ich. Doch, aber wir haben, wir haben zwei Niederlagen schon. Auch da, wo ihr das Double hattet? Da haben wir verloren. Dann gehen wir zum Turm zurück und holen nochmal das Double. Kannst du so oft holen, bis das, bis das Ding ist. Weil wenn ihr jetzt noch ein Double kriegt, dann hat er ja dann die 5. Also ich habe jetzt 4. Also dann wären es 6. Wäre auch nicht schadhaft. Oder? Die 5 hast du doch schon. Ne, 4. 4? Okay, dann hättest du 6 auch nicht schlecht. Wieso habe ich dann, äh, 5? Ja, weil du ein, du hast Double, ne, du hast den, den, ähm. Ja, ich habe auch alles geholt, deswegen. Du hast den Anfangs, du hast den Anfangs Teil wahrscheinlich. Und Schöpfer hat den Anfangs nicht. Ach, Schöpfer, du machst mich heute echt fertig. Ich habe alles geholt eigentlich. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt. Wer hat den Startsieg nicht geholt, glaube ich. Ach ne, doch, ich habe 5. Ja, ja, 5, 5, 5, 5, ich, ich habe, ich habe 5, ja, 5, 5, 5. Liege ich jetzt zum richtigen Ding, ich glaube. Wolltest du es nicht sagen? Also seit ich drin bin, haben wir bis jetzt nur gewonnen. Wir haben 3 Siege, weil mein Ticket sagt 3 Siege. Ich habe nichts mitgenommen. Die Leute, mit denen ich spiele, gar nicht online sind, sehe ich gerade. Bin ich gar nicht. Einer ist online. Macht er nichts. Ach, der andere ist auch online. Bitte nicht der. Gegen den will ich nicht spielen. Soll ja, bei irgendwas anderem bleiben, soll er irgendwas anderes spielen. Bloß nicht der für mich. Solange der nicht als mein Gegner auftaucht. Ja, ey, wer bei Trials insgesamt eine 4,1 KD hat, das ist einfach nur Wahnsinn. Und... Vielleicht bist du die... Die Prüfungen werden auf dich warten. Pum, pum, pum. Hat denn der für Effekte der Push-Panzer? Ah, nichts Tolles. Lohnt sich gar nicht zu spielen, außer wenn ich hier die neuen Siege hole. Ich will auf den Shader bekommen, den man bekommen kann, bei den neuen Siegen. Ja, der ist geil. Aber der ist zufallsmäßig generiert. Es gibt einen, den man so kriegen kann, den habe ich. Warte mal, den kann ich jetzt anziehen? Den habe ich. Ja, den habe ich auch drin. So, und es gibt noch... Ja, genau, und es gibt noch Gold-Black. Also der hat dann praktisch, ähm... Wie schreibe ich das jetzt? Der Ring, der außen rum ist immer. Der ist Gold, dann alles andere ist... Komplett schwarz. Also der hat nur diesen Ring. Der hat nur den Ring, ähm... Also der sieht praktisch aus wie der hier. Ne. Ne. Ja, doch. In etwa sieht das so aus wie der hier, den ich jetzt anhab. Oder? Nur dass eben dieser Ring, der da jetzt bei mir grau ist, der ist dann Gold und außen der Hintergrund ist auch noch schwarz. Mhm. Ich weiß nicht, wie er richtig heißt. Niemand. Gibt's aber. Auf Destiny Tracker kannst du dir nämlich Probe angucken auf deinem Charakter. Okay. Ja, ja, ja. Der ist die richtige. Ja, den gibt's bei Trace. Ich hab' nachgeforscht, weil ich den cool find. Gut. Mal Update kommt jetzt ja auch, ähm... So was, was dir anzeigt, wie man bestimmte Shader bekommen kann. Ne, ich hab' neulich mal geguckt oder meine Freundin... Da gab's so übelst geile Abzeichen. Aber die kannst du alle nicht mehr kriegen. Das ist richtig bitter. Ja, ich sag' mal so, Abzeichen sind eigentlich ziemlich jucke. Ja, aber die waren halt schon echt geil. Das Einzige, was man braucht, das ist der hier. Das ist richtig sterb sein, was es gibt. Ja, das ist der Stand drauf. Das ist so genial. Ähm... Das ist. Dann schaff' ich immer die von Trace. Dann nenn wir die mit Makel los. Oder das andere. Ne, ich find' den da am geilsten. Ja, den hab' ich auch. Den für am besten eigentlich. Aber der andere ist auch cool. Also hier... Wir haben einen Mond, aber es gibt ja auch noch Sonne. Der sieht auch geil aus. So. Hm. Irgendwie kommt Marvin mit nix kennen. Ey, jetzt drehen dreißig und halb. Ja! Hey! Ehrlich. Du hast deine Karte noch, ja. Die hast du nicht gelöscht. Nein! Ich hab' sie noch wünscht! Ist gut! Herrgott nochmal! Wie lange willst du mir das jetzt noch vorhalten? Jedes Mal, wenn ich in die Party komme? Wahrscheinlich. Warum was? Warum was hat er gemacht? Nichts! Einfach nichts! Einfach nichts sagen! Bitte! Bitte! Einfach nichts sagen! Hat er die Karte gelöscht oder was? Bei 4 Siegen oder was? Alter, ich war verwirrt! Ich war eine... Ein bloßer vom Markt des Verwirrtheit. Oh ne! Ich hätt's gefeiert, wenn du 8-0 hättest, dann löscht du einfach mal das Ticket, weil einfach so! Einfach so! Das wär' richtig cool! Wir holen jetzt die sechs Siege, weil da bekommst du eventuell, wenn du Glück hast, ähm, so'n, äh, wie nennt sich das, dieses komische Licht da, wo du dann deine Rüstung aufwerten können. Etäisches Licht! Ich kenne ja leider keine abgeben. 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 Bei einem bekommst du es glaubt bei Zufall und einem bekommst du sicher. Ich weiß es nicht mehr genau wie das war. Okay, ich kriegst du aber irgendwie. Ich hab so viele Scheiße. Nee, der letzte auf dem Turm bekommst du durch Zufall. Die anderen Seite bekommst du sicher. Ja. Rechte habe ich auch immer bekommen. Bravo Team! Ich hab immer das Gefühl, die kriegst du echt nachgeschmissen bei Aussehen. Ja, ja, ja. Komischerweise, ich, 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 ich. Ich glaub ich hab 30 Stück oder so. Wir haben einfach Gegner. Oh, oh. Ich hab eine Schreckliche. Jeden Scheiß. Oh, die, ich hab eine Schreckliche. Ja, ich hab eine Schreckliche. Ja, ich hab eine Schreckliche. War mir klar. Dorn hat mich, ist Titan, hat ne Granate auf mich geworfen. Zweiter kommt. Dorn ist gesprungen nach links hin. Ja. Oh, einer angesnipet, aber ich krieg ihn nicht. Beide, beide. Bei dir und bei mir eine Leiche. Nein! Fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Beide zielen. Ja, ich warte, bis sich die Granate aufgeteilt hat. Ich hab noch beide erwischt. Ah, verdammt. Das Granate hat mich erwischt. Na, ich hab noch. Ich kann nicht mehr viel haben. Ich hab mich schon fast tot. Ablenkungswiederbelebung machen. Ich hab knapp am Kopf vorbeigeschossen. Ich hab nur die Schulter getroffen. Ablenkungswiederbelebung machen. Also, da kann ich nur sagen. Ich glaube, hier gibt's keine Ausrede. Du weißt, das ist so böse. Ich bin schon wieder links durch. Nein! Gleichzeitig. Der steht links auf der Treppe. Komm zu mir hin, belebe mich wieder. Oder hilfst du ihm, eins von beidem. Hauptsache, du Marschwein. Okay, ernsthaft. Ja, weil ich... Geh, ich leb, ich komm, ich komm, komm. Ah, ich zieh mich mal zurück, weil der hat mich so angedormt wieder. Ah, der hat ihn wiederbelebt. Sind die raus, oder sind die noch drin? Die sind noch drin. Die sind noch drin. Nein, die sind noch drin. Ja, die können nicht komplett rein. Ich hab da so eine blöde Granate platziert. Uiuiui. Knapp. Boah, der ist noch draußen! Scheiße! Ich hab gedacht, der wär drin! Boah, der hat nichts. Noch ein Schuss, ein Schuss! Ist es wieder zwei? Oh, da sind zwei, natürlich. Vorsicht, er hat auf Eisbrecher gewechselt. Ey, ja, klar. Ja. Ja, hast gesehen, wann er... Ey, du hast ihn noch... Du warst den Toten, dann fällt er noch um. Das ist so bescheuert. Lüdi. Ich seh schon. Drei gelbe Pings. Euer Team Legane! Fese links nicht. Ne, die kommen bei mir. Fese. Shit. Die hat mich beinahe gehabt. Die können mich nicht verfolgen, sonst gehen sie drauf. Einen hab ich. Ich muss mir kurz Mundi holen. Wo steht er? Shit, bin fast schon. Da ist meine Granat, geht gleich hoch. Ich kann nicht vor. Einen hab ich. Okay. Bushi. Da ist eigentlich einer in den Warlock. Ich hab' nicht nachgeguckt. Oh, 10er-Kill-Serie. Welcher davon? Der eine ist es. Ich hab' nur einen davon, oder? Nicht zu aufgeachtet. Schwere Munition raus. Ich hab' aber auf jeden Grad... Hier, ich renn rüber. Bleib' hier, Scherfer. Ja. Ich hatte'n Duell mit nem Warlock. Shit! Die haben's gewusst. Wieder gefallen. Kacke! Die haben darauf gewartet, dass ich das mach. Also nicht eure Super einsetzen. Das wird wahrscheinlich eh schief gehen. Ja. Schein? Nee. Ich hab' ich nur geworfen. Ich steh'n beide in der Mitte, da wo man die Schwere holen kann. Hinter dem Stein. Achso, du liegst draußen. Der ist gar nicht da. Der ist weit da außen. Einer ist oben auf dem Plateau. Einer bewacht meine Läuche. Einer bewacht die Läuche. Einer bewacht die Läuche. Okay. Der steht direkt an meiner Läuche ganz weit hinten. Wer schnell attackiert ihn einfach von zweitseiten. Der hat Krota als Hunger als Raketenwerfer. Der hat ein Zielgelenk. Der heizt einfach an der nahen Mauer. Und dann einfach einmal links-rechts laufen. Ah, der hat ja eine wiederbelebt. Shit! Shit! Wo? Gibst du bis zu mir? Ja, hinter mir. Ja, ja. Och, komm. Ja, der lebt ihn wieder. 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 Ja, der lebt ihn wieder.